Herzlich Willkommen bei dem Möbelmachenden Untergrumbach, direkt neben Herzbruch im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern zum Müseter 206. Unsere Werkstatt wurde von der Jury der Fachzeitschrift DDS zur schönsten Deutschlands ausgezeichnet und wir stehen mit unserem ganzen Team hier auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, den wir 1997 aus der heimischen Uke selbst verlegt haben. Und zwar so stabil, dass wir sogar mit dem Gabelstab da drauf rumfahren können. Wir unterstützen den Wirtschaftsappell.org des Bundesverbands für nachhaltige Wirtschaft, indem wir uns für Vielfalt und Nachhaltigkeit und gegen Rassismus in Europa einsetzen und Sie bitten, das Gleiche zu tun. Noch vor Lauras zweiten Geburtstag, heute ist sie 36 Jahre jung, genauso jung übrigens wie die Möbelmacher, bauten wir das erste öffentlich sichtbare Bücherregal für die Buchhandlung Lösch. Seitdem würden es so viele, dass wir sie nicht auf einer neuen Seite, sondern gleich auf fünf Seiten speziell zum Thema Bücher vorstellen. In unserem Video verwöhnt unser Auszubildender Joels seine Lebensgefährtin Linda und stellt damit nicht nur den höhenverstellbaren Couchtisch vor, der auch Handys laden kann. Er zeigt auch unser Tablett mit Gestell, unsere Messer von Nesmuk, das Schneidbrett mit magnetischen Messerhalter, den Kuke und die Jury-Polstermöbel, aber vor allem auch den Gentleman an sich. Die Briten definieren im Übrigen so, ein Gentleman kann Dudelsack spielen, spielt aber nicht. Hier ist der Zeitungsartikel zur Elsbärenküche in Jena. Alle Details zur wirklich komplett ausgestatteten Küche mit Alles und Scharf sind auf der Homepage nachzulesen. Scharf spielt auf die beeindruckende und nicht ganz ungefährliche Chili-Sammlung der Familie an. Auf der High-End-Messe in München stand der erste Giro-Plattenspieler in Rüster von der Analogmanufaktur Germany auf unserem ultimativen Schallplattenschrank. Der Plattenspieler ist aus dem gleichen Rüster wie das Möbel, das kann sonst keiner. Die Deko-Löcher in den Schubladen entsprechen den Hörnern der Boxen und die Singles dahinter kann man mit einem Griff gegen andere Singles oder ganz neue Ideen austauschen. Der beste vierbeinige Freund des Menschen ist das Bett. Elegant umschiffen wir die Diskussion zwischen der Hunde- und Katzenfraktion, indem wir dem Bett den ersten Rang einräumen. Auf dieser Seite haben wir ganz viele Beispiele gesammelt und ProNatura hat eine neue Homepage. Unser Blogartikel über unser Schneidbrett mit Messermagnethalter erklärt, dass es nichts mit dem sogenannten Frankfurter Brett zu tun hat, weil es erstens viel älter und zweitens viel besser, weil einfacher ist. Danke für den schönen Kundenkommentar an den Bodensee. Es gibt einen grandiosen Film über das Karl-Bröger-Haus, das wir im fünften Stock komplett einrichten durften. Und auch wir haben mit Kerstin Gradil und Robert Kästner einen kleinen Film aufgenommen. Dann herrlich, jetzt können wir es sehen. Ja, das ist nicht. Und Spaß soll es an den Wagen machen. Auf unserer Seite Übriges finden Sie nicht nur die schönen Sideboards, die unsere Ausstellung verlassen können, sondern auch viele andere spannende Dinge. Wir wünschen einen wunderbaren Juni mit Europawahl. Schauen Sie rein, wann immer Sie Zeit haben. Und bis bald!